Will you have a B-Stage during the tour? I don't have a B-Stage, I have a Boat-Stage, which is cooler. And with the Boat-Stage I go out into the crowd so I can see the people in the back. And yeah, I can't wait. Ich würde gerne wissen, wie du mit der Hundeerziehung zurechtkommst. Konntest du deine Hündin etwas bändigen? Und wie heißt dein zweiter Hund und wie kommst du zu ihm? Ich habe den Martin Rütter angerufen und sagte, Digga, hilf mir, weil ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir haben hier so einen Wild Dog aus dem Indischen Ozean gerettet und die haut ab. Wir mussten die Polizei rufen, um die wiederzufinden. Und ja, also ich bin da echt ein bisschen überfordert, aber ich habe Gott sei Dank in meiner kleinen Familie auch ein bisschen Support. Der neue Hund heißt Lucky. Wir haben ihn einfach Lucky genannt, weil es ein Lucky Tag für ihn war. Das ist ein Straßenhund. Und genau, ich zeige euch jetzt ein Foto. Wiedersehen.